Herzlich Willkommen zur Lebensberatung mit Gopal. Dieses Angebot ersetzt nicht die Diagnose und Behandlung durch den Arzt oder Heilpraktiker. Lieber Gopal, vielen Dank für deine Arbeit und diese Möglichkeit, Fragen zu stellen. In einem Video sagst du, dass man, wenn man die alte Struktur der Kindheit verlässt, auch noch eine Weile gleichem Menschen dieser Struktur begegnen wird. Was ich auch so erlebte. Nun aber suchte ich zwecks abschließende Erklärung des Alten, also zur Bewusstwerdung von Mustern etc. für mich einen Therapeuten, doch treffe ich da auch immer wieder auf welche, die in meinen Augen einfach der alten Struktur inne wohnen. Ich muss sagen, dass ich oft schon bei dem ersten Gespräch ein Gefühl habe, dass wir nicht zusammenpassen. Ich das aber nie ernst nahm, was wohl das Ausschlaggebende ist. Aber ich dachte, man muss sich ja erstmal kennenlernen und das Chaos begann. Ja, also da sage ich gleich was dazu. Also solange wir noch nicht so viel Erfahrung haben und diese Gefühle, die dann gleich am Anfang auftauchen, sofort einsortieren können aufgrund von echten Erfahrungen, müssen wir experimentieren. Ja, von daher sehe ich das jetzt nicht als Problem an. Du wirst immer wieder im Kontakt, im neuen Kontakt Zustände erleben und irgendwann kannst du die einsortieren und dann kannst du dich auch auf das Gefühl verlassen. Aber wenn das so ist, wie du beschreibst, fehlt dir die Erfahrung und deswegen musst du es ausprobieren und sozusagen auch negative Erfahrungen machen, damit du ein Feedback zu deinem Gefühl bekommst. Ich lese mal weiter. Ich lese mal weiter. Habe ja versucht zu erklären. Kann es sein, dass Therapie manchmal auch eher schaden kann, einen immer wieder zurückzieht, weil man eben immer das Alte erzählen muss und danach eingestuft wird, statt dass eben neue Verhalten gestärkt wird? Ja, genau. Therapie kann richtig schaden. Richtig, richtig schaden und ich habe immer wieder Menschen bei mir, die von Psychotherapie schwerstens geschädigt wurden und zwar in dem Sinne, dass der eigentliche Kern der Problematik nicht adressiert wurde und Dinge mit ihnen gemacht wurden, die an der Symptomebene arbeiten und dann den Weg zum Kernproblem noch erschweren. Und dadurch die Teile, die nicht gelöst sind, sich sozusagen verstärkt auf Nebenschauplätzen bemerkbar machen und das kann dann zum Beispiel so aussehen, wo man ein klassisches Beispiel, jemand hat Zwangsgedanken und macht dann eine Therapie, die auf der Gedankenebene arbeitet und wird dann psychotisch. Ein Beispiel von vielen oder jemand ist ein anderes typisches Beispiel, jemand ist instabil, hat also ein sogenanntes zu schwaches Ich, also zu wenig Grenzen und macht dann eine Therapie, die in die Vergangenheit und in das Verstehen wollen, das Erlebten hineingeht, in die Konfrontation und wird dann so instabil, dass er Medikamente braucht und in die Klinik muss. Ja, also es passieren alle möglichen Dinge. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, mit einer Therapie hat man das Symptom verändert. Also da wurde dann aus einer Depression ein chronisches Erschöpfungssymptom. Das ist die Arbeit auf Symptomebene. Das Symptom war weg, dafür habe ich dann ein anderes gehabt. Das Ergebnis war dasselbe. Ich lag im Bett und konnte nicht am Leben teilnehmen. Ja, Therapie kann schaden. Auf jeden Fall. Deswegen mache ich ja die ganze Arbeit und deswegen kläre ich ja die Menschen auf. Und inzwischen ist es so, dass mir die Menschen berichten, dass sie ihre Therapeuten aufklären. Das höre ich immer wieder in Praxen, aber auch in Kliniken. Das heißt, der Leidensdruck bei den Betroffenen ist ja viel höher als bei den Therapeuten. Zumindest gehe ich mal davon aus. Das heißt, die, die betroffen sind, haben ein massives Interesse und auch Energie, um eben eine Lösung zu finden. Dieser Druck ist nicht bei den Therapeuten. Die haben ja ihre Praxis und arbeiten und so weiter. Der Hauptdruck ist bei den Betroffenen, bei den Leidenden. Und sobald sich die Menschen, die betroffen sind, informieren, und zwar über die Dinge, die eben zum Ziel führen, wie Narm, wie Polyvagal-Theorie, wie TRE, SE, die ganze Neurophysiologie, Bindungstheorie, all diese Dinge. Und wenn ich mich damit auskenne, und dazu muss ich nicht jahrzehntelang studieren, da gibt es die Bücher, die ich genannt habe, und wenn ich die lese, über ein paar Monate kriege ich ein Grundgefühl, ein Grundverständnis. Und dann weiß ich, ob etwas funktioniert oder nicht und warum. Und wenn ich dann zu einem Therapeuten gehe, dann weiß ich in kürzer Zeit, was der mit mir macht und ob mir das helfen wird oder nicht. Und manche, die sagen dann ihren Therapeuten, was sie brauchen und worum es geht und zeigen ihnen das Buch hier. Das ist das Buch, das ist das, was ich habe, das ist der Weg, das möchte ich. Kriege ich das bei Ihnen oder nicht? Und wenn derjenige dann sagt, Polyvagal-Theorie, Narm, noch nie gehört, ja, dann gibt es nur eins, so schnell wie möglich da weg. Was in der Therapie adressiert werden muss, ist die Neurophysiologie und die Bindungsebene und das im Zusammenspiel. Sonst fehlt was und sonst klappt das nicht wirklich gut. Und es geht niemals um die Vergangenheit. Niemals. Niemals. Das heißt, wenn jemand versucht, in deiner Vergangenheit inhaltlich herumzusuchen, dann bist du da falsch, weil es gibt gar keine Vergangenheit. Das, was dann passiert, ist, dass Inhalte im Geist erzeugt werden mit dem Etikett Vergangenheit. Es geht immer nur um die Regulation des Nervensystems jetzt und das Beziehungsmuster, was jetzt mit dem Therapeuten aktiv ist und wie ich das aktualisieren kann durch vermehrten Kontakt, durch vermehrten Austausch. Das ist der ganze Weg letztlich. Ich lese mal weiter. In der Außenwelt hatte ich schon einige wunderschöne Begegnungen von Herz zu Herz, eben anders als der Kindheit entsprechend. Sollte ich lieber das verfolgen, statt nochmal Therapie als Begleitung in ein neues Leben zu verfolgen? Es fühlt sich irgendwie ohne Therapie seltsam an, als ob im Kopf noch nicht alles Wichtige verstanden wurde. Ja, genau. Der Kopf, das Mentale, das bildet sich in Folge von Erfahrungen. Und wenn du neue Wege beschreitest, dann ist dieser Teil unruhig, der ist verwirrt, der weiß nicht, der kann es nicht einsortieren. Und wenn du weitermachst, dann bildet sich das nachträglich und dann wird das alles wieder stabil und ruhig. Also da bist du völlig auf dem richtigen Weg. Du hast auch geschrieben, wunderschöne Begegnungen von Herz zu Herz. Das ist alles. Da musst du weitermachen, egal mit oder ohne Therapie. Einfach weitermachen. Immer weitermachen. Das immer weiter verfolgen. Du schreibst, obwohl eben im Außen schon Veränderungssichten spürbar sind, ich lebe und begegne ja anderen Strukturen. Bin ich zu viel im Kopf und sollte mich vielleicht einfach mal über die Veränderung freuen? Ja, genau. Also das hilft dir auch dem Nervensystem. Wenn du den Fokus auf die Veränderung richtest, auf das Neue, auf das Schöne, was da passiert ist, dann stärkst du das in deinem Nervensystem. Und dann hat, das erzeugt wie so Resonanz. Ja, und dann hat das System es leichter, das wieder zu erschaffen. Es gibt Menschen, die torpedieren das immer. Die sagen sich dann danach, ja, das war nichts, klappt sowieso nicht. Das habe ich nur simuliert, es war nicht echt und so. Ja, dann wird das wieder kaputt gemacht. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du das anerkennen kannst, ja, auf jeden Fall. Immer mehr darüber nachdenken. Dann siehst du das auch immer mehr im Außen. Und da, wo du den Fokus drauf richtest, das verstärkt sich. Und so kommst du langsam raus aus der Kindheit. Habe ich vielleicht noch gar nicht begriffen, dass alles wirklich vorbei ist? Wie kommt das denn wirklich im Kopf an? Ja, das ist so ein Übergangsstadium. Also, wenn du schreibst, wunderschöne Begegnungen von Herz zu Herz, ist die Sache im Prinzip gelaufen. Und der mentale Teil, der hängt halt so ein bisschen hinterher. Und wie gesagt, du machst dann immer mehr Erfahrung. Und dann kommt die Mentalität und die Strukturen im Kopf, die bilden sich dann im Anschluss. Und wie gehe ich mit diesem Gefühl um, das anfangs oft bei Menschen da ist? Sollte ich gehen, sobald ich spüre, dass ich mich bei ihnen nicht sicher fühlen kann? Wie gesagt, da müsstest du ein bisschen forschen. Wahrscheinlich ist das Gefühl fast immer richtig, nur das nützt dir nichts, wenn du die Erfahrung dazu nicht hast. Also, wenn du das Gefühl hast, nimm es ernst und dann erforsche es und guck, wie es ist. Und wenn sich herausstellt, dass es wirklich nicht gut ist, zum Beispiel, dass sich der andere beleidigt, dass er sich desinteressiert zeigt, dass er, egal was für eine Negativität, dann objektiv vorhanden ist, und dann gehst du eben sofort oder bringst es zum Ausdruck. Und das machst du so lange, bis du diesem Gefühl vertrauen kannst. Und dann musst du nicht immer wieder forschen, dann weißt du genau, was sich da im Inneren bewegt, das stimmt. Ich hoffe, das war nicht zu lang und auch gut verständlich. Ich bedanke mich für deine Antwort und Zeit. Lieben, lieben Gruß. Genau, das ist ein Bericht aus dem Übergangsstadium von Trauma zum Leben. Und da sehe ich in deinem Fall überhaupt kein Problem. Gehe einfach davon aus, dass der Shift bereits passiert ist und dass das sich jetzt ganz von alleine fast weiter entfalten wird. Also da möchte ich dir jede Hoffnung geben, dass du da im Prinzip schon so gut wie raus bist. Lieber Gopal, Feedback zu deiner Q&A vom 4.10. Bewältigung Melflut Seit ich von einem deiner Videos weiß, dass es dir ein Anliegen ist, möglichst viele Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen, in Klammern Stichwort Astralreisen, habe ich begonnen, meine Fragen im Geist an dich zu richten. So habe ich die Erfahrung gemacht, sobald ich mich eine Weile mit der Frage beschäftige, früher oder später eine Antwort in meinem Geiste aufblitzt. Diese Antwort verschafft mir meistens soweit Klärung, dass ich einen nächsten Schritt machen kann. Ob die Antwort jetzt wirklich von dir kommt oder aus meinem Inneren auftaucht, weiß ich nicht. Und ich glaube, das ist auch nicht wichtig. Solange sie mir weiterhilft und dem Leben dient. Auch hatte ich einen Traum von dir, in dem du mir das ehrliche Mitteilen erfahrbar gemacht hast. Als ich dann erwachte, fühlte ich eine tiefe Entspannung in meinem System. Mit dieser Mitteilung und Erfahrung will ich dich ermutigen, auf diesem Weg weiterzugehen. Magst du mir uns, deinen Zuhörern, mitteilen, ob das für dich okay ist, beziehungsweise wie das für dich wäre, wenn wir beginnen, unsere Fragen auch über den geistigen Raum an dich zu richten? Vielleicht hilft das etwas gegen die Melflut. Liebe Grüße, ich bin dir dankbar und freue mich, dass du in dieser Zeit auf der Erde lebst. Ja, vielen Dank für diese wichtige Mitteilung. Das sind Dinge, die mir auch durch den Kopf gehen. Also wie das übermittelbar ist, jenseits der Begrenzung durch die Physis. Das ist etwas, was so geht. Ich habe das übrigens auch zu meiner IT-Zeit so gemacht. Ich war Linux-Spezialist und wenn es ein Problem gab, wo ich keine Hilfe zu bekommen habe und es auch nicht selber lösen konnte, dann habe ich im Geist die Linux-Community gefragt und nach der Frage alles losgelassen und weitergemacht und mich entspannt, nicht mehr an die Antwort und die Frage gedacht. Und dann in kurzer Zeit hat es fast immer plopp gemacht und dann ist im Geist die Lösung aufgetaucht. Also ich habe das da sozusagen im technischen Bereich auch gemacht, das Kollektiv direkt zu fragen über den Geist. Was da genau passiert, ich habe auch keine Ahnung. Also wirklich, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass das so funktioniert und mir schreiben, dass viele Menschen, mir schreiben ähnliche Dinge viele Menschen, dass ich in ihren Träumen auftauche, alles Mögliche, dass sie Antwort bekommen, dass sie meine Nähe spüren. Also ich mache da nichts. Ich weiß dann immer nicht, wovon die berichten. Also ich mache sowas nicht bewusst jedenfalls und wenn es überhaupt irgendwas mit mir zu tun hat. Aber da scheint was zu funktionieren und zu wirken. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Also wenn es keine Antwort über die physische Ebene gibt und das Problem sich nicht lösen lässt, dann stell die Frage im Geist und denk an mich. Und dann wartest du einfach und lenkst dich ab und dann kann es sein, dass das dann auftaucht. Also nicht, dass ich das dann mache, aber diese Vorgänge scheinen zu funktionieren. Ich war auch zum Beispiel am Überlegen, jeden Tag eine Stunde Meditation zu definieren, wo sich jeder einklinken kann, dass wir so ein gemeinsames Feld erschaffen. Aber möglicherweise existiert das Feld schon. Also das sind so Überlegungen, auch über die astrale Ebene da zu arbeiten. Also das ist im Werden alles. Und ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Genau, also wenn jemand ähnliche Erfahrungen hat, da würde ich mich freuen über eine Nachricht, dass ich vielleicht auch lernen und verstehen kann, was da wie wirkt, dass wir eben von den Beschränkungen der physischen Ebene loskommen und dass jeder Zugang zur Lösung hat, zu einer Lösung. Und das jetzt über Mails und Kontaktformular und das Beantworten in YouTube, das ist ja alles unheimlich zäh und zeitverzögert. Das ist einfach die Materie und das muss alles viel schneller gehen. Also am besten wäre blitzartige Lösungen im Geist für jeden, der das möchte. Und mal sehen, wie wir dahin kommen. Hallo Gopal, in deinem letzten Q&A hast du angemerkt, dass so wenige Fragen zum globalen Bewusstsein gefragt werden. Also fange ich mal an. Meinst du, dass das männliche Bewusstsein manipuliert wird und wird, sprich unser innerster Kern, unsere Wahrnehmung manipuliert und gesteuert wird, seit der Antike, durch Priester, Wissende in Form von Gesetzen und Regeln, dass unser Bewusstsein in Ketten gehalten wird? Bewusst? Falls ja, wieso sollte man so etwas tun? Ich meine, jeder, der halbwegs bei Sinnen ist, weiß, was richtig und falsch ist. Da braucht es keine hunderte von Büchern, was man denn jetzt tun soll und was nicht. Dürfen wir deine Ansicht dazu hören? Vielen Dank. Also unser Kern, den gibt es eigentlich gar nicht. Wir haben eigentlich keinen Kern. Und das, was du nennst Bewusstsein, das, was wir wirklich sind, ist Bewusstsein an sich und das kann nicht manipuliert werden. Das, was wir wirklich sind, kann nicht manipuliert werden, das kann nicht mal verletzt werden und auch schon gar nicht traumatisiert. Also das, was wir letztlich sind, ist schon immer unberührbar, rein, klar, Liebe, Bewusstsein, Wahrheit etc. Was du meinst, ist der Geist, also der Inhalt oder das, was über das Körper-Geist-System produziert wird. Und da kann man von ausgehen, dass das, also ich gehe davon aus, dass das bewusst manipuliert und gesteuert wird, dass die Massen kontrolliert werden und gesteuert werden. Das kann man auch selber sehen und erfahren, wenn man selber Gruppen leitet. Da kann man das alles im Kleinen studieren. Das ist hochinteressant. Es gibt bestimmte Strukturen oder bestimmte Abwehr- oder Überlebensstrategien in Menschen aufgrund der Erfahrung der Kindheit, die dann dazu tendieren, solche Machtstrukturen zu etablieren. Und diese Figuren findet man dort. Das sind die, die Macht ausüben und das kann man sehen, was dann in Gruppen passiert. Und das ist sehr interessant, weil es ist dann zu sehen, nicht nur der Mensch, der diese Machtstruktur braucht, die Menschen brauchen das, um sich stabil zu halten, sondern da gehören immer zwei dazu. Das heißt, man sieht dann auch, wie der Rest der Gruppe quasi eben die eigene Macht und Kraft verleugnet und das Spiel mitspielt. Also es gehören immer zwei Seiten dazu. Das heißt, wenn ich so jemanden in der Gruppe habe, dann sehe ich, wie der versucht, sein Machtsystem zu etablieren und wie die anderen sich anpassen und unterwerfen. So, wir haben also zwei Seiten. Und da ist eben immer die Frage, was ist schlimmer? Die, die sich anpassen, weil ohne diese Anpassung könnte diese eine Figur keine Machtstruktur aufbauen. Und meine These ist, dass wir das alles durchbrechen können, indem wir uns untereinander verbinden. Und das ist dann auch zu sehen, wenn dann die Gruppenteilnehmer zum Beispiel am Anfang von der Gruppe wenig Verbindung haben, dann ist sozusagen, sind die wie ohnmächtig. Aber je mehr Verbindung und Austausch unter den Teilnehmern geschieht, desto mehr verliert die Machtstruktur ihre Kraft. Bis hin dazu, wenn der Austausch total ist unter den Menschen, in der Gruppe oder insgesamt, kann es gar keine Machtstrukturen mehr geben. Das ist ja der Witz. Machtstrukturen, Ausbeutung basiert darauf, dass die Menschen untereinander getrennt sind. Wenn die Trennung zu Ende ist, kann ich keine Macht mehr ausüben. Du kannst dir auch vorstellen, wenn du zwei Menschen hast, die sich austauschen und eine ganz enge Verbindung haben, die stärken sich gegenseitig so sehr, dass es sehr schwierig wird, die irgendwo hinzubringen oder zu manipulieren. Die zum Beispiel, die sprechen sich dann ab oder fragen, wie siehst du das? Das heißt, es entsteht wie so ein öffentlicher Raum, in dem Dinge bewegt werden. Und das ist das Gegenmittel zu den Machtstrukturen, die darauf basieren, dass dieser gemeinsame Raum, wo innere Zustände ausgetauscht werden, verhindert wird. Und wir können sagen, im Inneren, in uns, ist das Bewusstsein, Achtsamkeit, im Außen ist es Öffentlichkeit. Aber die Frage ist, was wird in der Öffentlichkeit benannt? Das ist der Punkt. Und solange es nur um leere, äußere Dinge geht, nützt uns das nichts. Und das ist das, was versucht wird zu kontrollieren, dass der öffentliche Raum, man könnte auch sagen, das Gesamtbewusstsein oder der Gesamtgeist, ist das, was dort reinragt, dass das unter Kontrolle gehalten wird, dass das bewusst gesteuert wird. Und die technische Repräsentation sind die Massenmedien. Und solange das kontrolliert wird, geht es halt nicht weiter. Es sei denn, die Menschen fangen an, sich zu verbinden, ehrlich auszutauschen und bilden dann alternative öffentliche Räume, wo eben die inneren Bewegungen ausgetauscht werden. Dann fällt das alles auseinander. Und das ist das, was wir jetzt sehen, was ja auch passiert. Es gibt immer mehr alternative Nachrichtenplattformen oder Videoportale, die nicht mehr der Zensur unterliegen. Und das ist das wieder, wie ich den Weg sehe für uns insgesamt. Und das kann jeder machen. Mit jeder ehrlichen Mitteilung gegenüber einem anderen Menschen beginnen wir oder hilfst du, die Machtstruktur, die uns in Ketten hält, aufzulösen. Lieber Gopal, ich habe schon mal nach der Langeweile gefragt, die mich jetzt im Zwischenstadium immer bedrückt. Dieses Nichts, das ich jetzt fühle, ist spannend und beängstigend gleichzeitig. Ich weiß nicht mehr, wo ich stehe, wer ich bin, noch was ich will. Da ist nichts mehr. Kein Plan, kein Ziel, kein Gestern, kein Morgen. Das Jetzt fühlt unbedeutend an. Alles scheint unwichtig, ich habe Angst. Liebe Grüße. Ja, das ist deine Kindheit. Das ist der physiologische Zustand deiner Kindheit. Und es gibt keinen Grund, das aufrechtzuerhalten oder da drin zu bleiben oder das zu erforschen oder sonst was. Absolut nicht. Das ist ein physiologischer Zustand, der zu deinem jetzigen Leben überhaupt keine Verbindung mehr hat. Du schreibst, dass ich jetzt fühle. Dieses Nichts, das ich jetzt fühle, das ist kein Gefühl. Das ist kein Gefühl. Das Nichts ist die Trennung, das ist die Dissoziation, das ist die Notabschaltung. Das ist kein Gefühl. Das ist ein Notzustand des Körpers. Und an dem Punkt musst du einfach wissen, worum es geht. Wenn du so verlassen warst als Kind, dass dir jeglicher Kontext fehlt, dann als Erwachsener heute musst du wissen, dass es um Verbindung geht. Dass das, was dich daraus manövriert, was dich retten wird, ist der Kontakt zu Menschen und der ehrliche Austausch. Auch wenn du dazu in deinem Inneren keine Repräsentation hast und somit überhaupt keine Motivation, das anzustreben, aber du könntest es ausprobieren. Das heißt, wenn du in dem Zustand bist, geh auf Menschen zu, tritt in Kontakt und versuch so viel Interaktion zu erzeugen, wie es nur irgendwie geht. Da ist es gar nicht mal so relevant, was genau. Hauptsache so viel Interaktion, soziale Interaktion, möglichst über Dinge, die in deinem Inneren sind, wie es geht. Und jegliche Isolation vermeiden. Und der zweite Punkt ist, dass du den Körper bewegst. Mach Sport, 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 möglichst in freier Natur, möglichst mit anderen noch. Beweg den Körper. Das ist das, was das quasi in kurzer Zeit beendet. Und wenn du da wieder reinrutschst, dann tu alles, um da rauszukommen, auch wenn du scheinbar vom Gefühl her nicht weißt, wo lang, auch wenn dir das Gefühl signalisiert, da ist nichts, es gibt keine Hoffnung. Das fühlt sich dann so wie statisch und allumfassend an und unänderbar. Das stimmt aber nicht. Und dazu brauchst du eben das Wissen, bis das zu deiner Erfahrung geworden ist. Geh da raus aus dem Zustand. Tu alles, um da rauszugehen. Da ist nichts zu holen. Und dann geht auch die Angst weg. Du schreibst, ich habe Angst. Mit der Verbindung hört die Angst auf. Lieber Gopal, ich finde es faszinierend, wie mutig du bist und wie viel Licht du auf die Erde bringst. Liebe Grüße. Ja, das wundert mich auch. Was ich so alles mache. Tja, hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Ich wollte eigentlich nur meine Ruhe. Und jetzt passiert irgendwas anderes. Sehr merkwürdig. Aber es macht Spaß. Riesenspaß. Danke dir für deine Nachricht. Lieber Gopal, danke dir für deine Arbeit. Ich lese gerade dein Buch. Es ist sehr wertvoll für mich. Nun, ich gelte seit Kindheit an als unzuverlässig und nicht belastbar zerbrechlich. Das ist ganz traurig für mich und ich bin ab und an sehr wütend, wenn ich diesem Glaubens erzeugte begegnen. Aha. So, dann schau mal, ob du mitten in der Wut zerbrechlich bist. Ich lese mal weiter. Mein Leben bekommt dadurch so eine sinnlose Färbung und ich wünsche mir so sehr einfach, gebraucht zu werden. Nee, du wünschst dir nicht gebraucht zu werden, sondern was du dir wünschst, ist, dass du deine Bedürfnisse und Abgrenzungen mitteilen kannst und die gehört werden und du auch das von einem anderen hörst und du dadurch eine Verbindung und eine Regulation erfährst. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, gebraucht zu werden. Gebraucht zu werden ist ein Hilfskonstrukt, mit dem wir eine Pseudo-Verbindung anstreben, solange wir noch nicht wissen, worum es im Kern geht. Oft biete ich meine Hilfe an und wenn dann plötzlich doch mal jemand mich braucht, knicke ich ein, bekomme Kopfschmerzen, Übelkeit, innere Unruhen, Ängste. Das steigert sich so sehr, dass ich absagen muss. In Klammern, mein Körper weigert sich gegen diesen äußeren Druck und die Erwartungshaltung und ich lande wieder in der Einsamkeit. Wie kann ich diesen Kreislauf durchbrechen? Ja genau, dein Körper weiß es eben besser, der macht nicht mit. Du durchbrichst es, indem du beginnst, endlich das, was du brauchst, deine Not mit anderen Menschen zu kommunizieren, statt mit diesem Lügenkonstrukt anderen helfen zu wollen, eine Verbindung zu bekommen. Das ist der ganze Weg. Mehr ist das nicht. Das ist schon alles. Ich bin traurig. Ich fühle mich einsam und sehne mich nach Kontakt. Hast du Lust, dass wir zusammen was machen? Wollen wir zusammen ein Eis essen gehen? Ich mag dich. Das wird mir gerade zu viel. Ich muss jetzt nach Hause gehen. Und so weiter und so weiter. Es gibt in meiner Nähe leider keine lokale Gruppe. Vielleicht sollte ich mich trauen, eine zu gründen. Danke für deine Hilfe. Liebe Grüße. Ja, genau. Du kannst ja auch erst mal nicht offiziell beginnen, also ohne Eintrag auf der Karte. Vielleicht kennst du jemanden, dem du ein bisschen vertraust. Dann fangst du zu zweit an. Und wenn du dich sicher damit fühlst, kannst du dich auch irgendwann in der Karte eintragen lassen. Also lokale Gruppen zu bilden, ist ein einfaches Mittel, um Gleichgesinnte zu finden. Und natürlich kann das auch holprig sein, auch besonders, wenn jemand keine Erfahrung mit Gruppen hat. Und da gibt es dann eben auch eine Menge zu lernen. Aber es ist eine Möglichkeit. Lieber Gopal, ich habe mit meinem sehr starken Sohn, in Klammern vier Jahre, immer wieder Konflikte, in denen er aussteigt aus dem Gespräch und auch einfache Ja-Nein-Fragen, zum Beispiel bist du jetzt wütend, nicht mehr hören und beantworten will. Dann fühle ich mich völlig hilflos und ohnmächtig. Teile ich es ihm mit, hört er mich nicht. So steigt die Wut in mir immer mehr auf, findet aber natürlich keinen Anklang bei ihm. So stecken wir fest in unseren Konflikten und meiner Wut. Ich habe manchmal über 24 Stunden eine unterschwellige Wut auf ihn, fast schon Hass. Warte im Moment auf einen Therapieplatz. Aber ich liebe ja mein Kind und kann es nicht einfach verlassen, wenn es nicht mit mir ehrlich mitteilen will. Wo stecke ich da eigentlich? Kannst du etwas zu unserem Konflikt sagen? Wie kann ich da raus, wenn nicht über Kommunikation mit ihm? Vielen, vielen Dank. Also du schreibst 4J, also meinst du wirklich 4 Jahre? Also reden wir von deinem Sohn, der 4 Jahre ist. Was ich da raushöre ist, dass du etwas von ihm bekommen möchtest und du das über die Erwachsenenebene versuchst. Und das ist natürlich eine völlige Verdrehung. Das kann nicht klappen. Das kann nicht klappen. Ja. Du bist zuständig für das Kind. Und bei 4 Jahren geht es nicht um abstrakte Gespräche und Inhalte, sondern das hat eher was mit Fühlen und Grenzen und Körper und Energieräumen zu tun. Mit 4 Jahren lebt man noch nicht im Kopf und in der abstrakten Welt, sondern das ist ein direktes Erleben, was eher vom Körper und aus dem Gefühlsraum kommt. Das Spüren. Und was ich da raushöre ist, dass du etwas von ihm willst. Das, was du nicht bekommen hast. Und das geht nicht von einem 4-Jährigen. Das musst du bitte in der Therapie klären oder dich mit Erwachsenen auf gleicher Ebene mitteilen. Ja. Lass deinen Sohn in Ruhe, ohne dich von ihm zu trennen. Sei da, aber lass ihn in Ruhe. Auch da dran rum zu zerren und zu ziehen und da irgendwas lösen. Und dieser ganze Aufruhr, das ist nur deins. Lass ihn in Ruhe. Da ist die Lösung für dich nicht. Die musst du woanders suchen und sei einfach da. Und nicht da versuchen, deine Sachen mit reinzubringen und die irgendwie lösen zu wollen. Da ist das ehrliche Mitteilen eher ein ehrliches Mitzusammenspüren und Ausforschen und Aushandeln von Grenzen und so weiter. Okay, soweit. Das war die letzte Runde für dieses Jahr aus Wien. Und es geht dann weiter in Dresden. Vielen Dank und bis bald.